Im nächsten News-Podcast sprechen wir dann über den drei Teile, der nach der Episode 1002 lief, Episode 1003 bis 1005, das Perfect Game in 36 Grad Raten, Teil 1, 2, 3. Die ersten Teile sind jetzt schon gelaufen am 24. April und wenn ihr den Podcast am Sonntag hört, am 1. Mai gestern und der letzte Teil kommt dann nächste Woche am 8. Mai. Okay, wir besprechen die Episoden ja immer wenn, wenn die jeweiligen Teile alle gelaufen sind und deswegen kommen wir auf den drei Teiler im nächsten News-Podcast zu sprechen. In Bezug auf kommende Episoden gibt es deswegen auch noch keine großen Informationen. Auf Wikipedia und der japanischen Wikipedia ist wohl aufgetaucht Information über eine Filler-Folge, die danach laufen soll, als Episode 1006 mit dem Titel Wer hat das Gift reingetan? In die Richtung muss man sehen, ob diese Information irgendwie stimmt oder nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass durchaus erstmal nach diesem kanonischen Dreiteiler, der der 1003 bis 1005 ist, Ausbahn 97, dann erstmal wieder ein paar Filler- und Remaster-Folgen kommen. Aber dazu haben wir dann im nächsten News-Podcast auch nochmal mehr Informationen.